ich habe mir ein paar neue sachen war trendy war bestellt und ich würde sagen wir machen mal eine geile hose bestellt ich habe die ganze zeit schon nach so einer cargo hose gesucht die super stretchy sind er ist und die hier ist wirklich so so stretchy die da könnte eine zweite person mit rein ich sag's euch und die sitzt einfach trotzdem richtig richtig gut das sagt ihr richtig richtig schön ich trage hier eine 36 als erstes habe ich mir das hier bestellt das ist ein zweiteiler aber ihr könnt die beiden teile auch einzeln kaufen ich muss sagen der blazer gefällt mir wirklich sehr gut der hat hier auch noch so schnüre da kann man das enger oder lockerer machen der rock finde ich den finde ich auch echt schön erst ein bisschen zu kurz mir persönlich aber ich glaube wenn man da irgendwie einen schönen anlass oder so für hat dann kann man den echt gut tragen also im alltag würde ich jetzt nicht tragen aber ich kann mir auch den blazer mit einer legge längst oder so richtig gut zusammen vorstellen ich finde es auf jeden fall richtig richtig schön dann habe ich mir noch einmal diesen body bestellt ich finde ihn richtig richtig schön der hat auch vor allem den angenehmen stoff das ist so ein bisschen in richtung bikini stoff würde ich sagen und er ist hier oben sogar zwei er hat ja sowas zwei stoffschichten allerdings würde ich euch raten den paar größen größer zu bestellen also mir ist er auch ein bisschen zu eng und den trenchcoat habe ich ja auch noch bestellt ich habe den ja schon in so einem grün aber ich fand die farbe auch richtig richtig schön basic shirts dürfen natürlich auch nie fehlen ich habe mir dies das ist eher so ein kaki als grau in der kamera kommt das irgendwie eher grau rüber als kaki auf jeden fall finde ich das richtig richtig schön ich mag auch den stoff total gerne weil er einfach super dünn ist und angenehm auf der haut ist dann habe ich mir noch dieses top hier von kevin klein bestellt ich habe mir das in l oder xl bestellt ich werde es euch noch mal reinschreiben und das ist super bequem auch die träger sind hier richtig richtig locker das heißt ihr könnt damit problemlos auf stillen und alles und ich mag auch dieses grau total gerne dann habe ich mir noch dieses oberteil bestellt ich finde das irgendwie ganz cool bzw das ist auch ein body ich finde das irgendwie ganz cool aber ich finde irgendwie keine richtige hose um das zu kombinieren ich finde dieses braun passt irgendwie nicht zu diesem dunkelbraun könnt mir ja gerne mal schreiben mit was ihr das kombinieren würde